Ja, bin ich schon drauf? Du bist drauf. Okay, hallo. Hallo Heidi. Hallo. Moin. Wir stehen hier vor Max, weil wir den nämlich jetzt verabschieden, beziehungsweise wir uns von dem verabschieden, für zwei bis drei Wochen. Und wir gehen tatsächlich auf unseren ersten Urlaub. Corona-bedingt erst spät im Jahr, aber immerhin. So, wir sind jetzt hier am Hafen in Malchow, wollen euch dann gleich mal das Ambiente ein bisschen zeigen und etwas über unsere Pläne verraten, die wir haben. Genau. Dann gehen wir doch mal langsam zu dem Steg runter. Das Grundstück, was ihr dann vielleicht gleich seht, beinhaltet auch ein Ferienhaus. Vielleicht guckst du da mal hin. Gut, dann verstehe ich dich aber nicht mehr. Dann bin ich still. Muss ich hinterher laut der Autonomie rauspäxeln. Ja, macht ja nichts. Das ist also ein Ferienhaus, was unserem Serviceman auch gehört, der für uns das Winterlager in Waren und hier den Sommerliegeplatz in dem alten Fischereihafen in Malchow vermietet hat. Die Leute können dann auch da hinten ans Wasser gehen. Das seht ihr dann gleich. Und wir müssen nur aufpassen, dass wir die Leute nicht filmen, wenn wir da vorbeigehen. Insofern gehen wir jetzt einfach mal da an Little Garden vorbei, also an diesem Schiff und können gucken, wo da der Steg ist und wo die Recipe auf uns wartet. Musik oder Recipe, wie man sieht, ganz einträchtig nebeneinander und wollen euch in unsere Geheimnisse einweihen. Das heißt nicht Geheimnisse, aber die Pläne, oder? Wir haben Geheimnisse, okay. Heidi weiht euch jetzt in unsere Geheimnisse ein. Wieso Heidi? Du wolltest was sagen. Okay, das ist unser erster richtiger Ausflug dieses Jahr und wir wollen morgen Richtung Berlin fahren. Zeigen wir euch gleich auf der Karte. In einer Woche wollen wir in Berlin sein, da sind wir in Tegel verabredet und in Tempelhof und anschließend gucken wir mal, ob es uns eher nach Südosten oder Südwesten weiter treibt. Die Recipe zeigen wir euch auch noch bei Gelegenheit. Du meinst wie innen drin? Ja, und außenrum und überhaupt. Also unser Schiff. Wir sind auf einem Schiff, nur um das mal zu erwähnen. Das sieht man nämlich hier, glaube ich, nicht. Gut, wir zeigen euch jetzt gleich mal, wo wir langfahren wollen morgen. Blau und Grün sind unsere Farben oder die Farben der Karte. So, Micha zeigt jetzt, wo wir jetzt gerade sind. Ja, wollte ich ja ganz weit machen. Also unser Heimathafen ist hier, zwischen dem Petersdorfer See und dem Malchior See. Direkt vor der Brücke Malchior. Morgen geht es durch die Brücke Malchior, durch den Flesensee, durch den Kölpiem See. Dann hier oben an der Marina, wie heißt sie nochmal? Eldenburg vorbei. Nicht nach Waren, sondern an der Binnenmüritz durch. Und hier runter, durch die große Müritz, also die Müritz, ist runter nach Rechlin. Und hier wollen wir in einen der beiden Sportboothäfen, direkt in Rechlin, das nicht da, wo Kunde-Tour sitzt. Wir sitzen hier oben. Halt. Halt die Kamera, du bist zu da dran, okay. Sondern hier unten, da gibt es einen Segler und einen Motorsportclub. Und da gibt es sehr schön liegen Plätze. Da werden wir nach fünf bis sechs Stunden brauchen. Wir wollen um neun Uhr die erste Brückendurchfahrt in Malchior nehmen. Diese Brücke macht nämlich nur einmal die Stunde auf. Ja, dann nehmen wir euch morgen mit. Bis dann. Tschö. So, das ist jetzt sieben Uhr morgens. Und wir horchen hier mal unser Frühstückskonzert an. Oder nennt man das? Na, wir hören den Vögeln zu. Und der Bundesstraße. Jetzt ist es an. Hallo, guten Morgen. Acht Uhr dreißig. Wir legen gleich ab. Acht Uhr, nein, um neun Uhr macht die Brücke in Malchior auf. Und die wollen wir kriegen. Jede Stunde einmal. Also wenn wir die nicht kriegen, müssen wir warten. Bis später. Genau, bis dann. Heidi nimmt die Vorleine, ich nehme die Achterleine. Okay. So, ich bin schon, ich bin schon. So, ich bin schon. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Unter der Matte ist alles nass. So, wir sind noch allein auf dem Maluer See. Oder Petersdorfer. Ich weiß nicht genau, wo die ganze ist. Und jetzt geht es geradeaus. Ich drehe mal die Kamera. Ja, hinten ist die Brücke, die nachher für uns aufmacht und den ganzen Autoverkehr durch die Stadt stoppt, der sich dann kilometerlang durch die enge Innenstadt staut. Und im weiten Rund kein anderes Schiff außer uns unterwegs. Ja, auch noch früh am Tag. Und wir filmen dann wieder weiter, wenn wir durch die Brücke fahren. Dann seht ihr mal, wie gefährlich eng das ist. So, hier sehen wir jetzt den Stadthafen von Malchow, der direkt vor der Brücke gelegen ist. Dort ist die Brücke. Hoppala, ein bisschen was im Bild hier. Die Lämpchen sind rot. Ich bin mir nicht sicher, ob man uns auf dem Film sieht. Die wird um Punkt 9 Uhr aufmachen. Das ist in 7 Minuten. Dann wird erst der Verkehr von der anderen Seite durchgelassen und dann sind wir dran. So, jetzt ist die Schranke unten. Das heißt, die Autos bleiben stehen. Hier vorne kam noch einer flott raus aus dem Stadthafen. Der möchte gerne als Gäster durch, aber erstmal ist eh der Gegenverkehr dran. Jetzt sieht man auch ein rotes Licht. Weil ich sehe nur eins. Das rechte. Das linke sind, glaube ich, noch weit zu weit weg. Wer guckt zur anderen Seite rüber, der erwartet, wo er ist. Hast du die GoPro an? Ja. Dann sieht man ja jetzt, dass die Brücke weggeschwenkt wird. Also als gedreht wird. Es ist eine Drehbrücke und keine Schwenkbrücke. Moin. Moin. Danke schön. Danke. Wir werden gefilmt. Oder was? Das sieht so aus. Moin. So, wir befinden uns auf dem Flesensee. Vor uns liegt der Flesensee-Kanal. Noch die schmale Einfahrt. Die sehen wir gleich genauer. Und hinter uns, logischerweise, der Flesensee. Durch den Flesensee-Kanal fahren wir anschließend in den Kölpinsee. Ich schwenke jetzt mal einmal rum, dass wir mal einen Blick über den Flesensee haben. Flesensee. Und wie ihr seht, werden wir verfolgt. Seit der Brücke fahren hier drei oder vier Boote konstant hinter uns. Der Flesensee ist einer von den großen Seen oder einer der Seen der großen Mecklenburgischen Seenplatte. Und während ich mich gedreht habe, hat sich auch unser Schiffchen ein bisschen gedreht. Das muss ich gerade mal korrigieren. Und gleich fahren wir durch den Flesensee-Kanal in den Kölpinsee. Vor der Einfahrt zum Kanal eine kleine Möwenkolonie. Wenn ich das richtig sehe, von hier aus war da auch ein Kormoran, der da gerade weggeflogen ist. Der sich über das Wasser wegbewegt, genau. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die Bögen wieder einfangen können. Da sind sie. Und wir sind jetzt auf dem Kölpinsee. Der Kölpinsee, ja logischerweise der Gäste der großen Seenplatte. Der europäische Großsee. Das Besondere am Kölpinsee ist, das zeigt man gleich mal, wie bremst ein großes Naturschutzgebiet ran. Nämlich mit freilebenden Wiesenden. Die wohnen hier alle auf dieser Seite. Und für euch die Heidi kann sie ja mal zeigen. Da. Wer ein Wiesend sieht, vielleicht mit Kamera. Wer ein Wiesend sieht, der hat irgendwas sie wollen. Den schenken wir an der Karte. Genau. Das da. Ist das Gelände. Hinter dem Nebengrund. Genau. Man kann ja mal gucken, ob man ein Wiesend sieht. Aber ich glaube nicht. Man sieht aber da diese gelb-roten Tonnen, die darauf hindeuten, dass das ein Naturschutzgebiet ist. Genau. Der sogenannte Dauerrohr Werder. So, ein Blick auf die Karte zeigt uns jetzt den weiteren Verlauf. Wir kommen von links aus dem Kölpinsee und fahren durch diesen engen Kanal. Wir kommen an Eldendorf vorbei. Das ist übrigens der Hafen, wo unser Boot immer eingesetzt wird nach dem Winterlager. und rauskommt, wenn der Sommer um ist. Fahren dann dort durch vorbei, durch den Regkanal. Und kommen dann zur Binnenmüritz. Das ist das Meerurelland. Das ist der Finger auf dem Boden. Das ist der Norscht auf dem Ebene. Das ist der Norscht auf dem Boden. So, wir verlassen jetzt den Regenkanal und fahren auf die Binnenmüritz, also der Beginn der eigentlichen richtigen großen, des großen Sees, eigentlich das kleine Meer, so wie es hier heißt. Und von der Binnenmüritz aus geht es dann südlich runter Richtung Rechlin und was wir da hinten sehen können, also ich sehe es zumindest hier, es sind die Kirchtürme von Waren, der gotische Bau, das ist die Marienkirche und rechts davon ist der Hafen in Waren in der Müritz. So, wir sind jetzt tatsächlich auf der Müritz, also dem größten deutschen Binnensee, Betonung liegt auf Deutsch und Binnen, der Bodensee ist natürlich größer, aber nicht rein Deutsch, rein Deutsch als Wort, nicht, nur von Deutschland und Leben. Wir gucken jetzt hier nach Südwesten, das ist Klink und wir sind noch im nördlichen Zipfel der Müritz. Wenn wir hier weiter schwenken, dann ist dort hinten drin in der Bucht das Dorf Vito, da fahren wir heute nicht hin, ist aber ein schönes Dorf und da kann man hervorragenden Räucherfisch lassen. Ich schwenke mal weiter rum, dann sehen wir, aha Heidi am Steuerstand, hier zwingen. So, wenn wir jetzt hier mal durchgehen, dann gucken wir jetzt Richtung Röbel, auch das sieht man noch nicht, man sieht nur die große Wasserfläche, da fahren wir jetzt hin gleich. Hier voraus ist der dicke Baum, ich hoffe man sieht den, rote Tonne, links neben unserem Fähnchen, rote Tonne, links neben unserem Fähnchen, falls ich akustisch nicht ankam. Und, ich nehme euch mal mit, hier haben wir das Ostufer und am Ostufer der Müritz beginnt der Müritz-Nationalpark, das heißt das gesamte Ufer steht unter Naturschutz. Hier draußen am Tonnenstrich ist noch ein schöner Anglerplatz, da liegt heute nur einer. Manchmal liegen hier ganze Flottillen von Anglern und wir fahren jetzt raus über die Müritz Richtung Röbel. So, wir sind jetzt mitten auf der Müritz, am westlichen Ufer sehen wir Röbel und wir sind gerade an der Tonne Mitte vorbeigefahren. Und links und rechts oder Ost und West von der Tonne Mitte liegen jeweils zwei Flachs durch, oder jeweils kein Flach, durch Kardinaltonnen abgegrenzt. Ich gucke mal, ob ich die hier rausbekomme. Na, wo ist er? Da, das ist die eine. Jeweils vier Stück, Ost, Süd, Nord, West begrenzen ein solches Flach und zwischen den beiden sind selbst durch. So, vor uns liegt der Hafen Rechlin, nicht das Hafendorf von Kundetour, sondern der Sportbordhafen. Und an dem werden wir jetzt anlegen. Hoffen, dass wir da am Außenlieger längst was finden. Nicht direkt an der Außenbode, da kann es sehr unangenehm werden. Hier, die kleine Mür wird es dann ganz schön Bälle aufbauen. Wir gucken, dass er da reinkommt. Wenn nicht, gucken wir, ob da drinnen was finden. Hier ist noch ein bisschen Abendstimmung im Yachthafen Rechlin. Morgen geht es weiter Richtung Niro und dann auf die Kleinseenplatte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017